Heute schon gelesen mit einer Spezialausgabe für Kinder. Was liest man so, wenn man Kind ist und sich beschäftigen möchte? Zunächst möchte ich auf eine unserer Lieblingsreihen im Buchladen hinweisen, die Wieso, Weshalb, Warum-Reihe. Die gibt es ja für kleine von 3 bis 5 und für etwas größere von 4 bis 7 oder 8 Jahre ungefähr. Das ist die beliebten Erklärbücher mit den Klappen zum Aufmachen, wo man eine ganz große Auswahl von Themen für im Prinzip ganz klein bis ungefähr Schulalter findet. Hafensburger Verlag bemüht sich da regelmäßig neue Themen zu finden und natürlich gibt es auch alle Klassiker. Kommen Sie mal rein und stöbern Sie einmal durch. Das sind die beliebten Klappenbücher. Wenn Kinder versuchen in Österreich derzeit ein bisschen was zu unternehmen, dann sind Sie ja relativ angewiesen auf die nähere Umgebung. Trotzdem möchte ich zwei Dinge aus dem G&G Verlag empfehlen. Das eine ist das österreichische Bildwörterbuch des G&G Verlag, derzeit im Programm hat. Und jetzt zum Erkunden der Stadt, wenn man wieder raus kann, das große Wien-Buch für die ganze Familie. Aufgearbeitete Stadtgeheimnisse extra für Kinder findet man da drinnen. Gut illustriert zum Vorher vorbereiten, mit den Kindern anschauen und dann sich auf die Spuren des Buches machen. Ganz einfache Gelegenheit für einen Wien-Ausflug am Wochenende oder während der Woche, je nachdem wie es ganz einfach ausschaut. Am besten dann das Buch mitnehmen und die Geheimnisse entdecken. Es ist natürlich auch ein U-Bahn-Plan dabei, damit sich die Kinder auch zurechtfinden und mal ein bisschen den Kindern beibringen kann, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien unterwegs ist. Ja, von Alt bis Neu wird da drinnen hergezeigt und es ist eine absolute Empfehlung. Ganz nebenbei bemerkt, das Ganze gibt es beim G&G Verlag auch als Österreich-Buch für Österreich komplett. Also einige Dinge zum Entdecken. Und wer lieber ein Naturbuch für Kinder haben möchte, den empfehle ich heute aus Klein wird groß. Es ist die Geschichte eines Baumes. In diesem Fall ist es ein Bergahorn, der vom Samenkorn bis zum großen Baum heranreift und wo man in tollen Illustrationen und mit schönem Papier drinnen wirklich sehen kann, was sich bei dem Baum so alles tut, wer den Baum besucht, was er für die Tiere und für die Umwelt alles tut und macht und wie so ein Baum groß wird und reift. Also eine absolute Empfehlung. Hinten mit einer Riesenseite. Wirklich schön gestaltet, das Ganze im Annette-Betz-Verlag. Damit ist auch für Kinder eine gute Lesewoche garantiert und wenn Sie ein bisschen mehr Auswahl suchen, schauen Sie gerne mal vorbei. Ach, Plan! Ja, es ist natürlich auch ein U-Plan-Bahn. U-Plan-Bahn. Ich mache es nochmal. U-Plan-Bahn. Was ist das? Das ist ein U-Plan-Bahn.